sehr schön und noch mal was anderes geht es eigentlich auch mit holz ach ne da kommt ja die druckplatte raus ok probieren wir es mal so schade es geht nicht ich hätte ziemlich gerne mal einen kleinen Button gemacht den ich vielleicht von außen ran gemacht hätte damit ich hier bloß drücken muss damit sich die Tür öffnet aber da klicke ich halt auf die Tür gut hier haben erstmal die Kisten dann kann ich erstmal das unnütze Zeug hier rein das Leben werde ich jetzt noch nicht brennen ach genau jetzt hätte ich hier drüben gern noch ach ne hier kommt kein Fenster rein ne da kommt kein Fenster rein hier habe ich mein Fensterchen so und so und dann hätte ich hier gern noch ein Lichtchen perfekt und hier vorne dran so jetzt muss ja bloß noch der Boden fertig gemacht werden aber wir können eigentlich schon mal die Etage nach unten anfangen wo soll es denn runter gehen soll es hier runter gehen ja hier geht es runter und Stein und Stein war ja klar machen wir schnell so eine ja ja ähm Leiter ja ne Leiter ging so gut dann werde ich mir jetzt unbedingt Stein holen gehen müssen die nächsten Tage na na perfekt genau so soll es sein ach jetzt muss ich ja sowieso den Boden auswechseln na ok dann kann ich jetzt halt noch nicht anfangen ne das Holz wird nicht reichen gut da mach ich ne da gehen wir jetzt erstmal los holen ein bisschen Stein um sofort ein paar Steinexte zu machen so dann nehmen wir erstmal den hier gleich so kann man eigentlich auch hier was reinbauen ne so einen kleinen Ausgang von unten her äh wo geh ich jetzt eigentlich hin hier wollte ich eigentlich lang gehen und zwar nach dort drüben ich müsste irgendwie später nochmal so eine Sprint-Taste geben dass man mal ein bisschen zügiger läuft na stimmt's mir zu ne Schwein so da fang ich hier schon mal an mich in den Berg rein zu fressen jetzt würde ich dann gerne mit Sand auffüllen und das auch so schön hell machen hm natürlich stoße ich hier auf Kies na klasse wie ich das Zeug hasse ach weh da kommt noch mehr ok dahinter geht's natürlich noch weiter na kies kann man ja schlecht oben hin machen bis sie wieder runter kommt ich hab natürlich auch kein Füllmaterial mit ok dann mach ich später zu eigentlich war ich ja eigentlich wollte ich ja Stein holen gehen aber der Plan ist vereitelt worden durch diesen scheiß Kies hier ok da geh ich jetzt geh jetzt einfach mal an eine andere Stelle hm hier hoch wie komm ich jetzt hier hoch so komm ich hier hoch so machen wir erstmal Licht gut gut da grabe ich jetzt erstmal einen Schacht rein vielleicht baue ich hier auch gleich eine Brücke in eine Wohnung rein oder ich fress mich einfach durch den Berg durch weiß ich noch nicht erstmal will ich mir jetzt hier Stone holen beziehungsweise Cobblestone und die Sonne geht wieder auf ein herrlicher Blick und das was wir jetzt haben dürfte eigentlich auch reichen oh wieder ein Fuß gebrochen so jetzt will ich mal schnell wo ist jetzt hier mal ein Schaf immer wenn ich ein Schaf haben will ist kein Schaf da ich will jetzt ein Schaf wo ist ein Schaf Nein ich will dem Vieh nicht die Wolle abziehen ich will das Vieh ganz einfach nur mal färben Schaf nur Schweine Ey du hast du ein Schaf gesehen? Nein Wo ist das Schaf? Wo ist das Schaf? Ha Er wollte also nix sagen muss er halt sterben und ich hab was zu essen Ja du Schwein geh dich mal baden Und dann nehmen wir noch ein rotes Blümel mit Ich will jetzt ein Schaf haben verdammt nochmal Ha 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 Und du bist gelb Und du bist gelb und du bist rot Das rote sieht irgendwie voll schwul aus. Das gelbe sieht übrigens geil aus. Ein gelbes Schaf, aber das rote sieht voll scheiß aus. Ist egal, aber ich will jetzt noch eins. Ich will, dass die letzte Dings hier auch los werden. Das sieht lustig aus. So ein rotes Schaf. Dort hinten werden wir dann auch sicherlich nochmal hingehen. Mal schauen, was dort ist. Ich habe auch noch nicht allzu viel angeguckt. Ha, so viele Schafe. Plötzlich sind jetzt viele da. Das ist komisch. Bäm. Jetzt bist du auch schwul. Ich hätte sie jetzt gern gelb gemacht, aber ich finde es gerade geben keine gelben Blumen. Seid ihr halt rot. Haha. Gut. Jetzt hängt das Spiel natürlich wieder, was ich ganz, ganz toll finde. Mann, beruhig dich. Das war's für heute. Gut, ach, wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Ne, das nicht. Das wollten wir machen. Ja, und genau da gehen wir auch die Sticks aus. Na, verwenden wir jetzt einfach die Rest liegen. Dann machen wir... So. Das wird dann Holzbohnen. So wird das Ganze dann aussehen. Nur drei reichen erst mal. So, ihr Bäume, jetzt seid ihr völlig. Mann, warum sind die so groß? Das hasse ich. Jetzt baue ich, jetzt baue ich den Baum wieder auf. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier.